Hallöchen ihr Lieben! Wir begrüßen euch zu einem neuen Video und zwar machen wir heute die 7 Sekunden Challenge. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich so einen verkackten Eyeliner habe und warum ich die ganze Zeit trübsen muss, dann bleibt dran. Viel Spaß! Die erste Aufgabe ist, in 7 Sekunden trinke einen halben Liter Cola. Scheint auch noch richtig schön. Ich mach dir auch die Flasche schon mal auf. So, die von dir. So, ist nicht geschüttelt. Oh Gott. Hast du jetzt nicht auf Ruhe? Ich zähle. Das geht. Okay. Warte, warte. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und du hast leider verloren. Was war das denn? Komm Leute, es geht echt besser, ne? Riff dir nie Kamera an. Oh Gott, was ist das denn? Ich trinke normalerweise nie Kohle. Nie. Sehr gut. Ich hab mir so viel gemacht. Oh Mann. Boah, das war ja gleich. Oh. Ne, das ist echt. Okay. So, bin ich dran, ne? Boah. Wenn ich rübsen, ist mir leider, weil das ist so gut. Okay. Okay. Ähm. Okay. Du hast sieben Sekunden Zeit, um drei Brüssel bei uns zu machen. Da musst du filmen jetzt. Ja. Ich mach's mir. Okay. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf. Scheiße. Ja. So, nächste Aufgabe in sieben Sekunden. Nenne fünf High-End-Kosalte. Okay. Mac. Oh Gott. Benefit. Ist das, ist, 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 ist. Schön. Das ist noch zwei Sekunden. Ähm, ähm, Nivea ist so. Stimmt. Mal. Alter, was gibt's denn da? Mac. Benefit. Mac. Benefit. Chanel. Ich bin noch mal. Ich bin noch mal. Ich bin noch mal. Okay. Und du willst? Okay, klar. Eieieiei. Okay. Ich hab das halt nicht. Mega. Liebe Lena, du hast sieben Sekunden Zeit, um dieses Klasse-Latter zu trinken. Das ist ein halber Liter, Leute. Okay. Pelzer-Schoppe-Klasse. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Ich hab's dich nicht vergessen. Das zählt, oder? Ich würde sagen, das zählt also. Naja, ich gebe einen halben Punkt. Naja, ist ja warm heute. Das war jetzt meine Abfrischung. Okay. Abfrischung. 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 Okay. Also. Samantha. Ja. Ich hab' hier zwei Wattestäbchen. Ja. Du hast sieben Sekunden, um die dir in die Nase zu stecken, zu sagen... Du musst dreimal sagen, ich bin ein Walross. Ganz laut. Ganz laut? Ja, erst in die Nase stecken und dann ich bin ein Walross. Okay. Ich bin ein Walross. Ich bin ein Walross. Ich bin ein Walross. Du bist nur da drauf gekommen. Ich habe die Wattestäbchen gesehen und habe gedacht, es wäre ein super Walross. Oh mein Gott. Oh, das kitzelt auch noch voll dabei und dann, wenn du redest, dann bewegt sich das so gut. Okay. Okay. Nächste Aufgabe ist, dass sieben Sekunden Zeit um dir Klopapier unter den Kopf zu wickeln, ohne dass es abreißt. Also. Sieben. Drei. Drei. Null. Yeeeey. Schick. Okay. Ach. Okay, Samantha. Du hast sieben Sekunden, um deine Hände hinter dem Rücken zu berühren. Allerdings muss eine Hand hier oben lang gehen und eine hier unten. Okay. Und dreh dich runter, damit dieses Ding vernamen ist. Jetzt ein bisschen in die Hände gehen. Hallo. Also, so, ne? Ja. Ich krieg dich nie mehr vor. Man sieht deine oberen Hand, da nicht. Ebenfalls auch nicht runterkommen. Oh. Ich glaube, das ist ja auch schön. Ich glaube, das ist ja auch schön. Nimm das. Oh. Oh. Meine Arme sind einfach zu kurz. Das geht einfach mal mit der Arme. Wie kommt das so? Eins, zwei, drei, drei. Ja, das ist ja schon. Okay, so, deswegen kannst du das auch machen. Ssss. Okay. Okay. Ähm. Genau. Du hast, äh, sieben Sekunden Zeit, um fünfmal da im Kreis zu rennen. Stopp! So schnell kannst du gar nicht. Ich bin schneller! Okay, so hast du es geschafft. Oh. Warum hast du so gut gemacht? Na gut. So. Ah, ich bin da drin. Ich muss auch nicht unbedingt an der Aufkamera. Ähm. Samantha. Hier neben uns ist ein wunderschöner Weg. Ja. Und du läufst jetzt mal Catwalk. So die Sekunden lang. Okay. So, Moment. Ich nehme euch mit der Kamera mit. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Yay! You got it! Ups. Ich ist nass. Warum? Okay, letzte Aufgabe. Warte, ich will den Bildschirm. Okay. Wir sind schief. Du musst einfach zusitzen. Ach so. Hammer. Sorry. Na ja, auf jeden Fall hast du sieben Sekunden Zeit, um dir einen Eilander zu ziehen. Nein. Wir machen das Ganze so einfacher und machen es so auf einem Auge, als Ausnahme. In sieben Sekunden? Ja. Kriegst du einen Spiegel? Ja. Nö. Was? Nö. Muss es gut aussehen? Ja. Ey, komm. Also. Sieben. Warte, 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 ich muss erst bereit sein. Auf welchem Auge? Kannst du ja aussuchen. Nö. 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 Ich muss laut zählen. Vier, drei, zwei, eins, null. Nö. Also ich würde sagen, das ist mir einen halber Punkt. Hallo, das ist ein super Eyeliner, der ist nicht verschmiert! Ich finde den Klasse, den werde ich gerade drauflassen. Soll ich das andere Auge auch noch machen? Ja, genau, mach doch. So, jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich und zwar, du hast sieben Sekunden Zeit, um fünf Tiergeräusche nachzumachen. Auf die Plätze, fertig, los! Miau, miau! Schnell! Wann ist, wann? Wann ist, wann? Ja! Ich weiß, dass du nicht mehr hast, dass alles war. Das könnt ihr euch ja aussuchen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr hattet genauso viel Spaß wie hier. Es ist echt sehr, sehr lustig und ich finde, es hat sogar sehr gut geklappt mit dem Eyeliner. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, die ihr findet. Der neue Trend ist kreiert! Also einfach immer nur bis zur Hälfte des Auges malen. Das ist echt sehr Trendsetter-mäßig und so. Und meinen Catwall-Stil könnt ihr auch gerne übernehmen. Das 1A könnt ihr überall in Frankreich. Damit fallt ihr wirklich... USA! Überall! Auf der Straße, wenn ihr das macht, ihr fallt auf. Wirklich! Ja! Richtig geil! Deswegen, also probiert's aus und schickt uns Bilder davon und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Und schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie euer Catwalk und euer Eyeliner angekommen ist. Genau. Wir freuen uns auf. Ciao! Die Leute müssen auch denken, ich hab was anderes. Okay. Ich will jetzt nicht mal drehen. Verdammt, ich hab was vergessen. Das ist wichtig. Also ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Noch mal. Ich hab grad zugemacht. Zensiert. Zensiert. Die Nachrichten. Heute in der Tagesschau mit Lena und Samantha. Tschüss! 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 Tschüss!